vielleicht vorab ich habe hier in dem bereich das loch rausgenommen da gibt es immer die die vom tiefbohren die vom tieflochbohren sprechen tieflochbohren ist unserer ansicht nach so ein bisschen doppelt loch hat auch so ein bisschen was von etwas groben tiefbohrung wird mir dann schon besser gefallen deswegen tiefbohren ich weiß aber dass ich da bei uns in der firma auch auf taube ohren stoße und da genauso gegen die wand reden könnte ja die tbt tiefbohrtechnik die würde ich ihnen gerne anhand von drei folien ganz kurz vorstellen wir sitzen am fuß der schwäbischen alp sie sehen dass wir in dem bereich und auf der anderen seite vom tal geht es dann sofort nach oben das ist unser firmengebäude hier vorne das verwaltungsgebäude mit der entwicklung bürotrakt ähnliches und hier sehen sie die halle 1 die halle 2 die halle 3 und die halle 4 wir haben so etwa 240 mitarbeiter an zwei standorten in baden württemberg und sind jetzt ganz frisch seit letzter woche wieder neu zertifiziert qualitätszertifizierung und auch umweltzertifizierung ist für eine firma die auch relativ viel mit automobilisten zu tun hat unumgänglich aber insgesamt muss man vielleicht auch sagen so eine zertifizierung hilft auch dabei das ganze arbeiten so ein stück mehr zu strukturieren von daher sollte man das auch an vielen stellen denke ich so als als hilfe sehen und nicht nur als große last ja die firma tbt hat im vorletzten jahr das 50 jährige jubiläum gefeiert wir sind seit 20 jahren oder inzwischen auch seit 22 jahren 100 prozentige tochter der firma nagel in nötigen die firma nagel hat früher auch tiefbohrmaschinen hergestellt hat sich jetzt mehr so auf das hohen und auf das band finischen konzentriert und hat den tiefbohrbereich dann der tochter tbt weitestgehend komplett überlassen die tbt besteht aus drei bis vier geschäftsbereichen würde ich mal sagen sie sehen hier in dem bereich einmal den maschinenbau wir stellen tiefbohrmaschinen her im bereich von naja wir bohren bis 0,7 0,6 mm runter vom durchmesser gehen aber im durchmesser bereich nach oben durchaus auch so in den bereich 800.000 mm wenn es auf um aufbohr oder schäl operationen geht wir haben den großen geschäftsbereich werkzeuge hier zu sehen wir haben eine eigene lohnbohrabteilung wenn sie jetzt nicht selber bei uns eine tiefbohrmaschine kaufen möchten haben aber trotzdem was zum tiefbohren können sie das bei uns in der lohnbohrabteilung machen und es gibt als vierten bereich hier noch den bereich service der sich um die instandhaltung den service von maschinen kümmert aber auch gebrauchte maschinen aufkauft und ein refurbishing macht und dann wie auch gebrauchte maschinen allerdings nur unsere eigenen maschinen auch wieder verkauft ja das vielleicht kurz zur firma tbt da möchte ich sie auch nicht länger mit langweilen vielleicht mal die frage wer von ihnen hat denn so mit dem bereich tiefbohren zu tun gehabt bisher das sind doch sind doch so einige ich habe mal so ein paar anwendungsbeispiele mitgebracht wo wird tief gebohrt wir haben hier oben links den bereich werkzeuge und medizinteile für die medizintechnik knochennägel beispielsweise werden alle hohl gebohrt schrauben da sitzen immer so ganz feine filigrane bohrungen drin um diese elemente aufzufädeln oder teilweise auch medizin medikamente zu initiieren durch diese elemente durch wir haben den bereich luftfahrt da ist tiefbohren insbesondere im bereich der fahrwerke tiefe triebwerkswellen und ähnlichen ein thema dieselmotoren wir haben heute morgen schon gehört das thema wie sieht es aus mit der mit der verbrennungsmotor technik dieselmotoren oder überhaupt die einspritz technik ist ein ganz großes thema wir haben den bereich baumaschinen denken sie da an hydraulik zylinder oder auch einspritz technik der energiesektor viel wird tief gebohrt im bereich der generatoren der turbinen und ähnlichem wir haben nicht nur die einspritz technik sondern insgesamt automobilteile da werden wir gleich auch noch ein bisschen was zu sehen es wird tief gebohrt in kobewellen um öl von der einstelle zu anderen hinzubekommen gewichtserleichterungen im bereich des des getriebebaus zum beispiel und ja bei den vielen teilen die im automobil verbaut werden gibt es durchaus einige die auch tief gebohrt werden es gibt den bereich windkraft auch wieder zur bienenläufer große durchmesser und nicht zuletzt gibt es auch den militärbereich ich denke es ist kein geheimnis tiefbohren insbesondere dass ein lippenbohren heißt im englischen gantling und damit weiß man auch wo das letzten endes herkommt spricht man vielleicht nicht so gerne darüber wenn man das gerne so ein bisschen flach halten würde aber es ist eben ein ganz wichtiger bereich auch für den bereich des tiefbohrens ja ich habe mal so ein paar sachen rausgesucht die haben jetzt alle keinen militärischen charakter hier das ist einspritz technik rail technik das sind gehäuse von motoren bremssattel wo hier eine bohrung quer durchläuft um den die bremsflüssigkeit von dem einen zum anderen sattel teil zu übertragen dann haben wir hier eine getriebe welle die in einem automatik getriebe eingebaut wird und sie sehen hier dass drei bohrungen mit relativ geringem maß aneinander in diese bohrungen in dieses bauteil reingebracht werden um hier steuerfunktionen durchzuführen wir haben hier in dem bereich einen knochennagel der aus es kommt eben dazu titan hergestellt ist titan ist eine ziemliche herausforderung was das bohren angeht wir haben hier ein hohlgebohrtes ventil in vielen früher in sagen wir mal formel 1 technik war das gang und gäbe heute macht man es mehr und mehr auch in unseren fahrzeugen die wäre so üblicherweise auf der fahrbahn bewegen die ventile werden hohl gebohrt zum einen um gewicht zu reduzieren und zum anderen auch um da natrium einzubringen und damit den die hohe temperatur insbesondere bei den aus das ventilen von dem teller nach oben hin ab zu transportieren und damit auch die leistungsfähigkeit von den motoren zu erhöhen hier an der stelle wird von hier unten von der tellerseite aus gebohrt dann wird das ventil gefüllt und von hinten kommt dann wieder ein stopfen drauf der eingeschweißt wird damit das hinterher wieder dicht ist ja und hier uns schwer zu erkennen denke ich ein profil von einem reifen was nicht ob hier motorradfahrer unter ihnen sind so als motorradfahrer hat man den ehrgeiz alle kleinen pinne die an dem reifen dran sind so schnell wie möglich abzufahren und zu gucken dass man wirklich die schräglage hinbekommt die kommen hier als angüsse aus diesen formen raus und sie können sich hier vorstellen da sind tausende von bohrungen in einer form für einen reifen und die werden auch alle mit tiefbauwerkzeug hergestellt ja wie funktioniert das tiefbohren diejenigen die eben zaghaft die hände gehoben haben wissen dass ich wird es trotzdem noch mal ganz kurz darstellen das ist jetzt nicht das aktuellste bild was ich finden konnte aber was ich denke was ganz interessant ist hier ist im grunde genommen das system was heute auch noch gültig ist das ist das sogenannte löffelbohren mit dem früher wasserleitungen gebohrt worden sind ich ignoriere das jetzt und mache einfach weiter der löffelbohrer den müssen sich vorstellen wie so eine hand und hat eben diesen diese eigenschaft er hat hier eine schneide und stützt sich mit diesem rücken in der bohrung ab das heißt es ist ein sich selbst führendes werkzeug und dieses prinzip dass das tiefbohr werkzeug sich selber beim bohren führt das gibt es heute nach wie vor bei unseren tiefbohr werkzeugen das ist jetzt mal ein etwas moderneres werkzeug was heute eingesetzt wird hier vorne ist der kopf dass eine stahlschaft in der regel ein gesicktes rohr das kann aber auch komplett hartmetall sein und einen spann element hätten in dem bereich und sie sehen an diesem kopf der ist extrem unsymmetrisch geschliffen das heißt anders als bei einem wendelbohrer der zwei schneiden hat und idealerweise sich eigentlich ausgleichen sollte von den radialen kräften ist das tiefbohr werkzeug so ausgelegt dass sie ganz gezielt zerspann kräfte in der bohrungswand abfangen das zeige ich Ihnen gleich noch mal etwas detaillierter wir haben eine kühlschmierstoffzufuhr durch das werkzeug das tritt hier vorne in dieser niere oder in einem in zwei bohrungen das gibt da gibt es unterschiedliche ausführungen tritt aus und dem letzten endes die späne durch diese sicke hier nach hinten mit dem kühlschmierstoff wieder aus der bohrung heraus das ist grundsätzlich das prinzip vom tiefbohren ich habe hier noch mal so die ich würde mal sagen die zwei gängigsten umfangsformen mit reingenommen in die präsentation wenn sie sich vorstellen das ist jetzt das werkzeug was wir eben in der dreidimensionalen ansicht gesehen haben wir haben hier die schneide von dem bereich bis zu dem bereich schneidet das werkzeug und wenn sie sich jetzt vorstellen hier entsteht der sparen dann haben sie in radialer richtung eine kraft komponente eine schnittkraft komponente die hier nach unten wirkt und diese schnittkraft komponente wird über diese sogenannte führungsleiste hier in dem bereich auf die bohrungswand übertragen heißt dass das werkzeug beim anbohren auch eine führung braucht sie können mit einem tiefbohr werkzeug nie frei anbohren sondern es muss immer geführt werden und das gleiche das ist eigentlich eher die die frühere variante mit zwei führungsleisten eine führungsleiste hier eine führungsleiste hier die spannen sich so im grunde genommen auf dass das werkzeug gegen diese kraft gegen diese schnittkraft in der bohrungswand abgestützt wird das gleiche macht man auch bei 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 gebauten werkzeugen hier ein ein so genanntes bta werkzeug wir haben kräfte die an den verschiedenen schneiden angreifen hier die außenschneide dann die zwischenschneide die können sich wenn sie wollen um 180 grad projiziert hier in diese lücke vorstellen und dann haben sie eigentlich wieder die gleichen verhältnisse eben bei dem ein dippenbohrer und wir haben kräfte von der zentrum schneide die wirken so qualitativ etwa in diese richtung und wenn sie jetzt grafisch geschickt sind und nehmen die alle zusammen dann bekommen sie auch hier wieder eine resultierende die in diesem aufgespannten bereich der führungsleisten wieder auf die bohrungswand abgefangen wird und ich denke jetzt kann man sich vorstellen wir haben hier ein relativ komplexes system die schneiden haben wir letzten endes bei jedem zerspannungs werkzeug aber was bei den tiefbau werkzeugen und vielleicht bei reib werkzeugen noch mit dazu kommt ist die abstützwirkung durchführungsleisten die hier auf der bohrungswand gleiten und neben der zerspannung letzten endes auch noch so einen umformprozess durchführen ja welche tiefbohrverfahren gibt es ganz schnell dass ein lippenbohren haben wir gerade schon darüber gesprochen ganz wichtig in dem bereich eine bohrbuchse mit der das werkzeug geführt wird die späne gehen hier raus und fallen in der regel durch diesen späne kasten nach unten raus dann gibt es das andere verfahren das ist das sogenannte bta verfahren wo das rohr wo der wo das werkzeug auf einen bohrkopf aufgeschraubt wird und wir den kühlschmierstoff in diesem ringraum der sich hier zwischen dem werkstück und dem werkzeug bildet nach vorne hin zu führen und dann die späne und der kühlschmierstoff durch das innere des systems nach hinten hin abgeführt werden also der kühlschmierstoff verlauf und der späne verlauf komplett einmal umgedreht dieses verfahren wird auf tiefbohrmaschinen eingesetzt weil sie eben dieses gerät was ich bohza bohöl zufuhrapparat nennt auf der maschine irgendwie aufbauen müssen was sie auf dem bearbeitungszentrum üblicherweise nicht machen können dazu gibt es ein drittes verfahren da gehe ich jetzt nicht mehr intensiv darauf ein hier haben wir ein zwei rohr system der wird innerhalb zwischen dem außenrohr und dem innenrohr wird kühlschmierstoff nach vorne gefördert tritt hier aus und geht dann auch wieder innen zurück aber hier brauchen sie eben dieses gerät dieses bohöl zufuhrapparat ist nicht und können dieses verfahren auf allen bearbeitungszentren allen in anführungszeichen auf gängigen bearbeitungszentren einsetzen ja jetzt zu dem thema wie sieht es mit beschichtungen aus ich habe eben schon mal gesagt insbesondere die führungsleisten sind einer starken reibbelastung ausgesetzt das heißt da möchten wir zum einen eine sehr glatte schicht haben damit der das gleiten auf der gerade hergestellten bohrung möglichst verlustfrei von statten gehen kann auf der anderen seite ist es aber auch so dass niemand weiß so ganz genau wie viel kühlschmierstoff bekommen sie eigentlich in diesen raum zwischen den führungsleisten und der bohrungswand sind möglicherweise irgendwelche reservoire in denen kühlschmierstoff sich ansammelt vielleicht sogar hilfreich ja ein weites feld da kommt man sehr schnell denke ich auf gängige beschichtung ich werde mich hüten jetzt irgendwas hier in diesem hause zu beschichtungen zu sagen da sind leute die das viel viel besser können das was ich mir hier aus diesem aus diesem katalog rausgezogen habe ist eben das letzten endes wenn sie dieses das arg verfahren haben haben sie droplets auf der schicht oder auf der oberfläche aber die schicht ist sehr hart hat eine hohe dichte hält sehr gut das andere ist das spattern da gehen sie letzten endes hier da vor das metall atom auf der oberfläche zerstört werden sie ist viel glatter aber es hält nicht so gut von daher ist bald so dann den weg gegangen zu sagen wir machen aus zwei guten sachen etwas was noch besser ist also die s triple schichten schichten schuldigung die letzten endes die glatte schicht und die gute guten schichteigenschaften miteinander verheiraten und da haben wir gesagt okay das wollen wir nutzen für unsere tiefbauwerkzeuge und dann ist die frage wie sehen denn diese schichten jetzt tatsächlich aus und ich bin an der uni dortmund am institut versparende fertigung gewesen die haben ein konfokales weißlicht mikroskop was hier dargestellt ist was man damit machen kann zeige ich mal an einem nicht werkzeug ein euro ich habe mir den euro noch nie so ganz genau angeguckt aber hier sind diese ganzen sternchen drauf die die staaten darstellen und wenn man sich ein so ein stern raus zieht und legt den dann unter dieses konfokale weißlicht mikroskop da bekommen sie dann letzten endes diese kontur in einer sehr sehr hohen auflösung als dreidimensionales bild dargestellt und das haben wir auch mit einer oberfläche von einem ein lippenbohrer gemacht und sie sehen hier diesen ausschnitt der liegt so etwa hier in diesem bereich also da ich habe ihnen eben diese umfangs führungsleisten gezeigt da wo diese führungsleiste anfängt das ist diese kante hier und sie sehen das ist jetzt ein geschliffenes werkzeug sie sehen hier auch noch die oberflächen riefigkeit die schleif riefen die hier sich darstellen wenn wir dann eine multilayer schicht also sagen wir mal eine alther gekommene konventionelle schicht ansehen dann sieht die auf den ersten blick relativ glatt aus sie sehen aber hier in dem bereich an so einigen stellen diese dropletts die sich auf der schicht abbilden und letzten endes dieses reiben auf der auf dem gegenpart reduzieren was man auch grundsätzlich sehen kann was sie mir aber jetzt glaube ich glauben müssen ist hier in dem bereich gibt es auch löcher also das hier sind erhöhungen in der schicht hier gibt es löcher diese dropletts die reißen auch dann aus der oberfläche schon mal raus und legen dann unter umständen auch das hartmetallsibstrat darunter frei alles nicht was was man eigentlich gern für das für die bearbeitung haben möchte sondern gehen wir jetzt einen schritt weiter die alconos schicht sehen sie dass die eine ein sehr sehr gleichmäßigen aufbau hat und das was man hier so an fehlern zumindest vermuten kann finden wir hier in dieser schicht nicht und das ist jetzt beliebig einen bereich aus dieser führungsleiste von tiefbauwerkzeug rausgegriffen ja was haben wir gemacht oder was wollen wir noch machen es gibt ein forschungsprojekt wo auch ölikon balz das dann beteiligt ist wir sind dabei dieses tiefbauwerkzeug zu optimieren sie sehen hier die schichten da möchte jetzt auch nicht viel zu sagen das wissen viele von ihnen deutlich besser was man hier sehen kann ist dass wir an diesem werkzeug im grunde genommen zwei unterschiedliche funktionsbereiche haben das ist der bereich wo der span abläuft oder wo der span gebildet wird und dann abläuft und wir haben im äußeren bereich das jetzt nicht gerade hier in dem oberen bereich aber hier an der seite das wo das werkzeug in der bohrung reibt und da haben wir unter umständen ganz unterschiedliche eigenschaften das eine muss verschleißschutz bilden da ist die reibung zumindest hier im vorderen bereich völlig nebensächlich im bereich des spannen der spanfläche durchaus wichtig aber hier in dem bereich geht es wirklich darum so glatt wie möglich zu sein aber man darf nicht unterschätzen an der führungsleiste treten durchaus temperaturen und flächenpressungen auf die der schneidkante in nichts nachstehen das heißt wir sind da durchaus auch bei temperaturen von 700 grad oder ähnlichem und auch flächenpressungen die man nicht vernachlässigen darf was an der uni dortmund entwickelt worden ist das ist ein prozess um die spanbildung zu erzielen und sie müssen sich eben vorstellen das habe ich eben gesagt dieses werkzeug kann ja nicht frei anbohren jetzt sieht das hier so aus ob das frei anbohren würde wir haben ein glaszylinder oder ein plexiglas zylinder in diesen glaszylinder wird eine probe eingesetzt die ganz passgenau da reingesetzt wird das heißt das was hier jetzt wie wie luft aussieht ist durchsichtiges plexiglas und hier ist dieser zylinder eingepasst und wir nutzen diese bohrung in dem plexiglas um dieses werkzeug zu führen und sie sehen hier sehr schön wie die späne sich bilden die dann in der nach hinten liegenden in dem dann nach hinten liegenden bereich abgeführt werden hier kann man auch die den kühlschmerzstoff deutlich machen je nachdem welche schnittgeschwindigkeit sie haben stellen sie auch fest dass sie kavitations erscheinungen haben dass da auch verschleiß durch entsteht und das ist so ein bereich den wir weiter treiben wollen um die spanbildung zu simulieren zu gucken was passiert denn davon in dem bereich überhaupt das andere ist wie sieht der tragbereich von den führungsleisten aus und da habe ich jetzt mal ziemlich tief in meinen unterlagen gegraben weil ich mich vor naja vor fast 20 jahren intensiver mal mit dem bereich beschäftigt habe finite elemente simulation auch das ist nach wie vor noch gültig sie sehen hier so den üblichen bereich wie seine stirn geometrie ausgeformt ist und wir haben hier spannungen in dem bereich die relativ stark ausgeprägt sind wenn wir jetzt den stirn einlauf bereich der führungsleiste als radius ausführen sieht das sofort ganz anders aus sie sehen dass direkt wie viel geringer und gutmütiger hier diese spannungen aussehen was auf die oberflächen ausbildung große rolle spielt aber auch natürlich auf die lasse auf die lebensdauer des werkzeugs eine einen großen einfluss hat so und ich hoffe dass man das jetzt sehen kann hier das ist so ein scharfkantiger verzug im vorderen bereich von dem werkzeug während wir hier im prinzip von hand mit einer elastisch gebundenen schleifscheibe dieses werkzeug abgezogen haben um nicht diesen scharfen übergang hier zu bekommen sondern einen kontinuierlichen radius also im grunde genommen das was hier als scharfe kante sehen ist hier jetzt als radius ausgebildet und damit haben wir die möglichkeit da auch eigentlich sehr viel material schonen da in diesen ganzen prozess rein zu gehen als das bei einem üblichen werkzeug so der fall ist ja wir haben gebohrt vergütungsmaterial wärme behandelt irgendwie sowas wie 37 oder 35 bis 40 hc und was wir da festgestellt haben das haben wir ebenso in der mittagspause unten am tisch auch schon diskutiert auch hier bei diesen glatten schichten haben wir unter umständen die situation dass die späne nicht ideal rauskommen also selbst bei einer alkonos schicht könnte es unter umständen auch noch hilfe hilfreich sein die schicht noch mal zu glätten das müssen wir sehen wir haben aber grundsätzlich sehr gute ergebnisse hier gehabt von der produktivität her schnittgeschwindigkeit beim tiefbohren ist üblicherweise nicht so sehr hoch weil sie sehr starke wärme einbringung in die in die führungsleisten bekommen aber hier so ein bei einem 5 mm werkzeug eine vorschub geschwindigkeit von 200 mm pro minute ist eigentlich schon eine ganz gute geschichte und sie sehen hier auch sehr glatte oberflächen wir haben bauteile genommen haben da so einen richtigen schweizer käse raus gemacht um so viele bohren wie möglich in einem bauteil unterzubringen ein weiterer bereich beim tiefbohren kommt man obwohl die qualität sehr gut ist oft nicht aus dann ist der anspruch da auch noch mal eine reib bearbeitung zu machen da gibt es auch eine balzers schicht die riemenalkonus die haben wir auf eine reib alle aufgebracht mein mitarbeiter der hat gesagt ich sollte ihn doch bitte rausschneiden aber dann hätte sein arm da irgendwie so in der gegend rum gehangen deswegen habe ich sein gesicht mal ausgeblendet aber ganz freundlicher kerl sie sehen hier diese reib alle und der reib alle ist ungefähr weiß nicht 1 75 1 80 groß so eine länge das ist schon eine hausforderung das macht man nicht so mal eben und wir stellen auch keine reib allen her wir haben uns dann eher also die reib alle ist im grunde genommen dieser bereich hier oben wir haben uns dann um die aufnahme und um den rest des werkzeugs gekümmert und haben dann mit diesen reib allen werkstücke bearbeitet 1200 mm länge sie sehen hier so stütz lunetten auf diesem schaft bei so langen werkzeugen muss man immer auch das werkzeug noch mal ein stück abstützen damit das nicht anfängt zu flattern während des prozesses haben da jetzt auch sehr gute ergebnisse erzielt die anforderungen von dem kunden waren max 0,8 mü und wir sind so in dem bereich bei kleiner 0,4 mü vom anfang bis zum ende gekommen wenn sich das jetzt prozesssicher weiter durch trägt dann sind wir damit eigentlich ganz zufrieden ja noch mal ganz kurz zusammengefasst tiefbohren ist nach wie vor auch wenn andere verfahren möglicherweise produktiver sind auf den ersten blick ein verfahren was sie nur schwer ersetzen können auch wendeltiefbohrer also zweischneidige werkzeuge da sind sie ungefähr bei einem bohrtiefen verhältnis von 50 mal d sind sie absolut am ende es hat firmen gegeben die auch schon mal 70 mal d vorgestellt haben in der praxis würde ich sagen sehen sie es normalerweise ganz ganz selten deswegen tiefbohren eigentlich immer noch recht gut hier sehen sie übrigens dieses bauteil noch mal mit der vielzahl der bohrungen wir wir haben teilweise extrem hohe anforderungen an die oberfläche und an die auch an die geradheit der bohrungen was durch dieses extrem unsymmetrische werkzeug gut gewährleistet werden kann aber man muss eben auch sehen dass die thermische und mechanische belastung von diesen werkzeugen doch recht hoch ist und das noch zusätzliches optimierungspotenzial bietet zu reinen schneidenden werkzeugen was die balik schichten für tiefbohren reibwerkzeuge angeht sehen wir deutliche möglichkeiten hier unsere produktivität und unsere qualität zu steigern aber wie gesagt wir sind in den mit den untersuchen noch lange nicht fertig und da gibt es eine sehr intensive zusammenarbeit auch mit early convulsors und da werden wir mit sicherheit noch einige punkte finden die wir gemeinsam weiterentwickeln wollen bei der grundsätzlichen untersuchung der tiefbohrwerkzeuge geht es um die um die optimierung der mikro und der makrogeometrie diese verwundung der der kanten und die oberflächen beschaffenheit sind da ein ganz wichtiger punkt ja und das was ich ihnen eben gezeigt habe das reiben mit so extrem langen reibalen haben wir auch den einen als ob wir da auf einem guten weg sind wir haben vorher andere konzepte gehabt zugegebenermaßen auch andere werkzeuge die nicht das was ich ihnen eben gezeigt habe ist komplett geschrumpft damit wir vernünftigen rundlauf bekommen wir haben vorher auch gelötete werkzeuge habt so wie man das beim tiefbohren recht häufig häufig macht und da habe ich mich dann durchgesetzt und habe gesagt schluss mit dem schrumpfen schluss mit dem löten wir müssen das schrumpfen damit wir keinen taumelschlag in dieses werkzeug einbekommen um da weiterzukommen ja das soll es gewesen sein ich habe ich bin kürzlich in mainz gewesen das stand nett hier aber waren sie auch schon mal in baden württemberg heute morgen ist ja ist ja dieses thema schon gekommen bielefeld wie schön ist es hier ich zeige ihnen hier sondern das ist zwar nicht ganz neu das bild ist aber genau gerade aktuell zu der jahreszeit unglaublich viele obstbäume wird viel zu schnaps verarbeitet da unten mit dem bild möchte ich mich bei ihnen verabschieden und danke für die aufmerksamkeit